Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 224 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wird mein Flug heute pünktlich starten oder wird er vielleicht sogar gestrichen? Wird mein Flug heute pünktlich starten oder wird er vielleicht sogar gestrichen? Ein Junge mit Rucksack lehnt am Brückengeländer und blickt hinunter ins Tal. Ein Junge mit Rucksack lehnt am Brückengeländer und blickt hinunter ins Tal. Ein Junge mit Rucksack lehnt am Brückengeländer und blickt hinunter ins Tal. Um autonomes Fahren zu gewährleisten, ist der Ausbau von Telekommunikationsnetzen notwendig. Eine traditionelle arabische Laterne wird angezündet. Eine traditionelle arabische Laterne wird angezündet. Eine Frau sitzt vor einem Glücksspielautomaten. Glücksspiele können süchtig machen. Ich frage mich, was heute hier zum Mittagessen gekocht wird. Ich frage mich, was heute hier zum Mittagessen gekocht wird. Ich frage mich, was heute hier zum Mittagessen gekocht wird. Ich mag keinen Online-Unterricht. Morgen kann ich wieder zur Schule gehen. Ich spiele die Schneekönigin im neuen Weihnachtsfilm. Ich spiele die Schneekönigin im neuen Weihnachtsfilm. Ich lackiere meine Fingernägel gerne in verschiedenen Farben und Designs. Ich lackiere meine Fingernägel gerne in verschiedenen Farben und Designs. Ich mag dieses Essen nicht. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Manchettenknöpfe tauchten erstmals im frühen 17. Jahrhundert in Europa auf. Manchettenknöpfe tauchten erstmals im frühen 17. Jahrhundert in Europa auf. Manchettenknöpfe tauchten erstmals im frühen 17. Jahrhundert in Europa auf. Zu gepflegten Händen gehören für viele Frauen auch lackierte Nägel. Zu gepflegten Händen gehören für viele Frauen auch lackierte Nägel. Zu gepflegten Händen gehören für viele Frauen auch lackierte Nägel. Hat er dir endlich eine Nachricht geschrieben, ob er heute Abend frei hat? Hat er dir endlich eine Nachricht geschrieben, ob er heute Abend frei hat? Hat er dir endlich eine Nachricht geschrieben, ob er heute Abend frei hat? Soll ich die Pflanzen auf die andere Seite des Regals stellen? Immer weniger Menschen verwenden farbige Lippenstifte. Ich habe jetzt Mittagspause. Ich bin in 20 Minuten bei dir. Ich weiß nicht, was ich noch tun kann. Rolf ist so unzuverlässig. Hast du schon einmal einen Sonnenuntergang am Meer erlebt? Hast du schon einmal einen Sonnenuntergang am Meer erlebt? Hast du schon einmal einen Sonnenuntergang am Meer erlebt? Danke sagen ist einfach, denn es kostet nichts und macht glücklich. Danke sagen ist einfach, denn es kostet nichts und macht glücklich. Danke sagen ist einfach, denn es kostet nichts und macht glücklich. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.